Das ist so was. Was als Zeit? Oh, also... Woh? Seht her! Oberabgast! Nackes von hinten! Halt! Man geht mal im Studio zu... Getämpfter! Das kosmische Ballett zieht seine Bahn. Diesen Wuchs der Lüfter! Das ist ja das schönste Geschenk überhaupt, Uber! Im Ernst? Wie heißt er eigentlich? Nummer 8. Oh, und was rede ich denn? Er heißt Knecht Ruprecht! Warum klingt Homer wie Walter Matthau?